Nahrung schaffen statt Waffen Laut Schätzungen leben 1,4 Milliarden Menschen in extremer Armut. Davon sind ca. 0,8 Milliarden Menschen unterernährt. Das heißt, einer von neun Menschen muss jeden Tag hungern. Wollte man diese 1,4 Milliarden Menschen mit täglich einem US-Dollar versorgen, was gegen den Hunger völlig ausreichend wäre, wären pro Jahr rechnerisch ca. 500 Milliarden US-Dollar notwendig. Vergleicht man diese Summe mit den jährlichen Militärausgaben weltweit, so sind diese dreimal so hoch, ca. 1.700 Milliarden US-Dollar. Würde man ein Drittel der Militärausgaben einsparen, wären für die hungernden Menschen genug Geld vorhanden. Und das nicht nur für die Lieferung von Nahrungsmitteln, sondern auch für deren Anbau. Es wäre also absolut möglich, durch Nahrung schaffen statt Waffen den Hunger in der Welt zu stoppen. Wenn es um Hunger geht, ist die Situation ganz grauenhaft. 100.000 Menschen sterben jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Alle 4 Minuten verliert jemand das Augenlicht wegen Vitamin-A-Mangel. Und letztes Jahr, World Food Report, also der Bericht, der Jahresbericht der Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisationen FAO in Rom, eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen, letztes Jahr sind 842 Millionen Menschen schwerstens permanent unter den Erd gewesen. Aber kein Sexuelles, kein Arbeitsleben, kein Familiendem, sind infallit geworden durch Hunger. Und im Vorjahr waren es noch 826 Millionen. Also die Zahl der Opfer steigt ständig. Derselbe World Food Report der FAO, der sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Die Absurdität der Situation der Agrarmärkte heute ist die folgende. Die reichen Länder, also die EU, die Vereinten Staaten, die zahlen ihren Bauern für ihre Produktion und für die Exporte der Produkte Subventionen im Jahr, letztes Jahr, von 349 Milliarden Dollar. Das ist mehr als eine Milliarde pro Tag. Die Konsequenz davon ist das Dumping, die Zerstörung der Agrarwirtschaften in der südlichen Hemisphäre, wo es fast nur Bauen gibt, mit einigen Ausnahmen. Ich nehme ein Beispiel. Die Hauptstadt von Senegal, der Republik Senegal, in Westafrika, heisst Dakar. Diese Stadt beherbergt den grössten Landwirtschaftsmarkt in Westafrika. Westafrika, das ist die Sandaga, der Sandaga-Markt. Wenn Sie auf den Sandaga-Markt gehen, können Sie europäisches Gemüse, europäische Früchte, europäische Kartoffeln usw. zu einem Drittel der einheimischen Preise kaufen. Also der senegalesische Bauer, auch wenn er 18 Stunden im Tag arbeitet, unter brennender Sonne, mit letztem Einsatz, der hat überhaupt gar keine Chance mehr, das Auskommen zu finden, auf seinem eigenen Boden. Freihandel hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Das ist eine riesige Lüge. Es ist die Freiheit des Raubtiers im Dschungel, wenn Nestle zum Beispiel gegen ein afrikanisches Bauernsyndikat antritt. Ist das wie, wenn der Box-Weltschwergewichtsmeister Mike Thiessen in den Ring geschickt wird, gegen einen arbeitslosen Bengalen, ausgehungerten Bengalen. Und die Konzerne, die Macht der Konzerne, heute auf dieser Welt, drückt sich aus in einer Zahl, die die Weltbank letztes Jahr publiziert hat. Im letzten Jahr sind 52% des Weltbruttosozialproduktes, das heisst aller auf der Welt produzierten Reichtümer in einem Jahr, kontrolliert worden von 500 Weltkonzernen. Und diese Weltkonzerne, die funktionieren nur nach Profitmaximalisierung. Geld regiert die Welt. Wer aber eigentlich regiert das Geld? Jeder strebt nach Geld, geht dafür arbeiten, möchte es erlangen und besitzen. Ein großer Teil unseres Lebens dreht sich um Geld. Aber nur ein eingeweihter Kreis weiß, wie Geld entsteht. Wussten Sie, dass jeder Geldschuld ein entsprechendes Geldguthaben in gleicher Höhe gegenübersteht? Beispielsweise hatte laut Bundesverwaltung im Jahre 2011 jeder Einwohner der Schweiz ca. 30.000 Schweizer Franken öffentliche Schulden. Das bedeutet, Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialkassen haben insgesamt 427 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Für diese Schulden müssen Sie als Bürger, und daher kommt das Wort Bürger, bürgen. Sie sind also indirekt der Schuldner und somit verantwortlich für die Rückzahlung und vor allem für die Zinszahlung. Zinsen zahlen Sie über Steuern, Abgaben, Gebühren, Strafzinsen, Mahngebühren und auch Bußen. Wussten Sie, dass Sie für jede Ware, die Sie kaufen, indirekt Zinsen bezahlen? Denn der jeweilige Hersteller überträgt seine eigenen Zinskosten, resultierend aus seinen Betriebsschulden, die er bei der Bank hat, auf den Preis. Der Zinsanteil, z.B. in Deutschland, beträgt bei der Müllabfuhr 12%, bei der Stromerzeugung 38% und beim sozialen Wohnungsbau nahezu 80%. Wussten Sie z.B., dass Deutschland 25% seiner Steuereinnahmen für Zinszahlungen der vorangegangenen Kredite aufwenden muss? Sie merken also, Kredit und die daraus erfolgende Zinsbelastung tangiert Ihr Leben viel mehr, als Sie es sich bewusst waren, auch wenn Sie persönlich gar keinen Kredit aufgenommen haben. Nun weitere wichtige Aspekte übers Geld. Die landläufige Meinung sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die Wahrheit ist, Geld arbeitet nicht. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Alle Macht geht vom Volk aus. Die Wahrheit ist, de facto geht alle Macht vom Geld aus. Geld wird vom Staat einfach gedruckt und beliebig erzeugt. Die Wahrheit ist, nur 2% des sich im Umlauf befindlichen Geldes sind vom Staat geschaffene Münzen und Noten. Wie kommen die restlichen 98% des Geldes zustande? Die Antwort, Geld kommt nur und das ausnahmslos über Kredite zustande. Das bedeutet, die Banken lassen über die jeweiligen Noten und Nationalbanken Geld entstehen, indem sie Kredite an Staaten, Privatpersonen und Firmen gewähren. Und dieses Geld verschwindet wieder, wenn der Kredit zurückbezahlt wurde. Die Praxis zeigt aber, dass Kredite in den wenigsten Fällen zurückbezahlt werden. Denken Sie an die Hypotheken in der Schweiz. Die erste Hypothek wird in der Regel nicht zurückbezahlt. Denken Sie an Staatsschulden. Auch diese werden nicht zurückbezahlt, sondern ein neuer, höherer Kredit wird aufgenommen, um den alten Kredit oft sogar noch mit aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Wenn ein Staat also mehr Geld braucht, man nennt das auch Neuverschuldung, leitet sich das Geld bei der Bank gegen Zinsen. Die Zinsen aber zahlen, wie eingangs erwähnt, Sie. Unser Finanzsystem erlaubt es den Banken, nahezu unbegrenzt Kredite zu vergeben. Man nennt dies ein fraktionelles Kreditsystem. Die Fraktion zur Kreditvergabe ist ihre Einlage oder ihre verpfändete Sicherheit bei der Bank. Aufgrund dieser ihrer Einlage oder Verpfändung kann die Bank bei der jeweiligen Noten- oder Nationalbank das bis zu neunfache an neuem Kredit schöpfen und gegen Zinsen verleihen. Man nennt diese leistungslose Kreditschöpfung auch Fiat Money. Es werde Geld. Und zwar aus nichts. Das bewirkt aber, dass die Geldmenge sich mehr und mehr von der Realwirtschaft abkoppelt und irgendwann den Zusammenbruch des Systems verursacht. Diesen Zusammenbruch versucht man momentan zum Beispiel in Griechenland mit allen Mitteln aufzuhalten. Hunderte von Milliarden wurden in den letzten Monaten nach Griechenland gepumpt, um Griechenland zu retten. Wissen Sie, wo all dieses Geld angekommen ist? Es wurde gleich tags zurücküberwiesen an die Gläubigerbanken, die Griechenland in guten Zeiten Geld geliehen hatten. Die Bevölkerung hat von diesem Geld gar nichts gesehen. Ihnen geht es viel schlechter als vor der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Löhne, Gehälter, Renten wurden bis zu 30% gekürzt. Mütter verkaufen ihre Kinder, da sie sie nicht mehr ernähren können. Väter begehen Selbstmord, weil sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Junge Leute verlassen das Land, weil bereits 50% aller Jugendlichen arbeitslos sind. Niemand hat mehr Geld zum Konsumieren, obwohl Hunderte von Milliarden nach Griechenland geflossen sind. Dies zeigt uns eines. Wenn Kredite über neue Kredite zurückbezahlt werden, ist es das gleiche, wie wenn ich ein Hausbrand mit Benzinlösche, da ja die zurück zu bezahlende Kreditsumme weiter steigt und die Zinszahlungsbelastung für die Bevölkerung unerträglich wird. Die Frage stellt sich nun, wer profitiert eigentlich von diesen immensen Zinszahlungen? Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken, auch die Schweizer Nationalbank, von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches acht Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Der Milliardär Bill Gates erscheint wie ein Almosenempfänger, gegen den Reichtum dieser Leute, die Präsidenten ein- und absetzen, Kriege anzetteln, Umstürze finanzieren, von wegen Geld regiert die Welt und dabei aber immer im Hintergrund bleiben. Wenn sich das so verhält, wer hat versucht, die Dominanz dieser regierenden Familien zu durchbrechen? In der Executive Order Nr. 11110 beschloss ein amerikanischer Präsident namens John F. Kennedy, der Federal Reserve Bank das Recht zu nehmen, Geld aus nichts zu kreieren. Er wollte die Kreditschöpfung zurück in staatliche Hand bringen. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben. Der nachfolgende Präsident Lyndon B. Johnson hob nach seiner Amtsanführung diesen Erlass sofort wieder auf. Es gab und gibt auch Noten und Nationalbanken, die sich weigern, von diesen Familien kontrolliert zu werden. Hierzu ein Zitat aus der amerikanischen Freien Presse. Einige Aufklärer heben hervor, dass der Iran eines von drei verbliebenen Ländern ist, deren Zentralbank nicht unter der Kontrolle der Familie Rothschild ist. Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen sieben unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Vielleicht können sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Sudan, den Einmarsch nach Libyen sowie die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran plausibel erklären. Die Geschichte wiederholt sich. Die gleichen Drahtzieher, oben genannte Familien, welche den Ersten und den Zweiten Weltkrieg einfädelten, haben jetzt bereits durch Kriegsvorbereitungen wieder Vorkehrungen getroffen. Vorkehrungen, damit deren Geldherrschaft über die Notenbanken zu den Privatbanken auch über ihr Leben weiter und unentrinnbar gefestigt wird. Als letzte Bastion des Widerstands soll nun auch Syrien fallen, damit freie Hand gegen den Iran, den Besitzer der weltweit zweitgrößten Erdöl- und Erdgasvorkommen gewährleistet ist. Wenn überhaupt, dann kann im besten Fall auf dem Weg der Volksaufklärung über diese Zusammenhänge der Beginn des Dritten Weltkriegs vermieden werden. Daher lasst uns erwachen und unser Umfeld über diese Tatsachen informieren. Bis zum nächsten Mal.